Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blog Trainer. Ihr habt euch eine Reaktion gewünscht auf Felix von Leitner oder auch besser bekannt als Fefe, der war früher Mitglied beim Chaos Computer Club, ist häufiger mal mit kontroversen Aussagen aufgefallen und hat jetzt einige Dinge über Bitcoin erzählt, die ich wirklich kommentieren muss. Ich dachte erst, naja, dieser Beitrag, der ist so ein bisschen am Rande, aber tatsächlich hat er viel Aufmerksamkeit bekommen und hier wurden einige Dinge erzählt, die leider so nicht stimmen. Und das Problem, warum diese Dinge nicht stimmen, können wir uns jetzt gleich auch anschauen, denn, wie so häufig ist es so, wenn man Bitcoin nur aus einer Perspektive betrachtet, zum Beispiel nur aus der Informatik oder aus der Kryptografie, dann hat man ein Riesenproblem, weil dann wird man Bitcoin nicht verstehen können. Hier sind ganz viele andere Aspekte auch notwendig, weil Bitcoin so multidisziplinär ist und einfach alle unsere Lebensbereiche berührt. Und das macht es auch vor allem Experten aus gewissen Fachbereichen sehr schwer, Bitcoin nachzuvollziehen und hier in diesem Fall auch dem Felix von Leitner. Wir schauen uns das ganze Video jetzt an, ich kommentiere das hin und wieder, ich habe es noch nicht komplett gesehen, aber die Parts, die ich schon gesehen habe, die muss ich auf jeden Fall schon kommentieren und den Rest schauen wir uns dann ganz aktuell jetzt zusammen an. Ich werde nicht das gesamte Video hier aufzeichnen und kommentieren, sondern immer nur die Parts, wo ich denke, hey, da sollte man jetzt ein bisschen was zu sagen. Und dementsprechend springen wir jetzt rein, ich lasse das einfach mal laufen und ihr macht euch ein Bild von den Aussagen, die getätigt werden und ich werde es dann gerade stellen. Ja und bevor wir starten, noch mal eine kurze Info, ich stelle dieses Video schneller. Ich weiß, das mögt ihr gar nicht, weil ihr dann dieses Video, wenn ihr es schneller schauen wollt, bedeutet, dass ihr halt das ursprüngliche Video dann doppelt, dreifach so schnell seht. Aber es ist wirklich notwendig, weil sonst zieht sich das Ganze. Ihr seht nämlich, das ist ein 56-Minuten-Video und ich befürchte schon fast, dass die Reaction hier auf jeden Fall ausgedehnt wird und deswegen müssen wir ein bisschen durchkommen und deswegen stelle ich dieses Video schneller, sonst klappt das leider nicht. Aber wir fangen einfach mal an. Aber einen Spoiler kann ich schon am Anfang geben. Kryptowährungen sind weder Währung noch Krypto. Krypto heißt nämlich eigentlich verborgen und Kryptowährungen haben eine öffentliche Blockchain, die ist das Gegenteil von verborgen und Währung. Ja, also Krypto und Bitcoin haben in dem Sinne miteinander zu tun, dass halt die ganzen Funktionen von Bitcoin nur durch Kryptografie möglich sind. Beispielsweise eine Signatur zu machen oder am Ende eben die Blöcke zu finden und so weiter. Also da hat die Kryptografie auf jeden Fall eine Menge mit zu tun, aber er hat schon recht. Die Blockchain ist öffentlich einsehbar, ist aber nur pseudonym. Bedeutet, man weiß nicht erstmal, wer sich hinter welcher Adresse befindet. Es ist nicht, weil eine Währung hat wurdefinierte Eigenschaften und keine Krypto-Currency hat die. Genau, er sagt, das seien keine Währungen. Ich vermute mal, weil er kein Ökonom ist, dass er hier gar keine Trennung zwischen Währung und Geld macht. Bei einer Währung würde ich ihm fast zustimmen. Die können aber durchaus trotzdem zur Währung werden, auch wenn sie eigentlich die Eigenschaften von einem Ledger haben. Es ist aber sogar eher so, dass sowas wie Bitcoin einfach den Eigenschaften von Geld folgt. Das ist schon mal ganz wichtig an der Stelle. Digitales Geld gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Das liegt daran, dass man... Seht ihr, da sagt er jetzt digitales Geld, also er setzt Geld und Währung gleich. Das stimmt halt nicht und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass er damit recht hat. Und was bei Bitcoin schon passiert, wir hören mal eben hier nochmal rein. Man wird es einfach frei kopieren können. Das heißt, eine Währung, bei der ich eine anonyme Zahlung zwischen zwei Leuten durchführe und der nimmt dieselbe Coin und gibt die jemand anderem, geht deswegen nicht, weil es eine Kopie der Coin geben kann. Und da kann man dann zweimal mit einkaufen und da muss man was dagegen tun. Und die Sachen, die man dagegen tut, sorgen dafür, dass es eben keine Währung ist, sondern ein Ledger, eine Buchhaltung. Genau, also theoretisch hat er recht, wenn man es halt hier auf dieser Ebene betrachtet. Es ist halt so, dass wir bei Bitcoin jedes Mal, wenn wir ein Bitcoin ausgeben, den alten Burnen, also wirklich, der ist dann weg, nicht mehr benutzbar und ein neuer wird erzeugt. Das ist der UTXO, der wird zu einem STXO, also der Unspend Transaction Output, wird zu einem Spend Transaction Output und wird dann bei dem anderen User zu einem Unspend Transaction Output, beziehungsweise wird der dann dort erstellt. Das heißt, bei euch, der Bitcoin, der ist dann ausgegeben worden, kann nicht nochmal ausgegeben werden und in dem Moment wird ein neuer Bitcoin bei einem anderen erstellt. Und die beiden sind miteinander verkettet, sodass man eben diese Transaktionshistorie nachvollziehen kann. Aber das ist Erbs und Zellerei, meiner Meinung nach. Und klar, wenn man es auf diesen Detail betrachtet, hat er genau genommen, ist es aber Wortglauberei. Die erste Erkenntnis ist, gut, ich sage mal, die nullte Erkenntnis ist, wenn Sie dem neuen Friseur sagen, Sie möchten die Haare kurz haben, das muss man konkreter sagen, die zweite Erkenntnis ist, Sie werden belogen. Und zwar von Leuten, die gern ihr Geld haben möchten. Ja, das fände ich halt klar, im Cryptospace stimmt das, aber bei Bitcoin ist es halt etwas, also die Bitcoiner für sich, die versuchen nicht, ihre Bitcoin später in mehr Dollar oder Euro zu wechseln. Die Bitcoiner wollen mehr Bitcoin haben und für immer in Bitcoin bleiben. Die wollen sich immer Dinge für Bitcoin kaufen, keine Frage, weil Bitcoin für die Bitcoiner Geld ist. Die wollen aber nicht irgendwie irgendwann mehr Euro oder Dollar daraus kriegen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein riesengroßer Unterschied, weil für die Bitcoiner ist Bitcoin ein neues System. Ja, ein System, wo Staat und Geld getrennt sind. Und genau das ist halt hier schon mal so ein bisschen sowas, er geht da schon sehr. Wir haben in einer sehr festen und sehr negativen Meinung an das Thema ran. Und mit Sicherheit dieser ganze Cryptospace, da sind viele Betrüger, viele, die wirklich nur das Geld wollen. Aber viele, die am Ende euer Geld wollen und dieses Geld dann in Bitcoin tauschen, obwohl sie eigene Kryptowährungsprojekte haben. Da kann man sich auf jeden Fall mal in die Geschichte einschauen von den größten ICOs und so weiter. Von daher, ja, zwiegespalten, solche Aussagen zu tätigen. Ja, das wird sich so ein bisschen durch den Vortrag durchziehen heute. Gut, wir müssen trennen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich eher Informatiker. Wirtschaft habe ich natürlich auch so ein bisschen um mich rum, weil ich eine Firma betreibe, aber ich bin kein Ökonom. So, und das ist, glaube ich, schon das Hauptproblem. Er ist kein Ökonom. Und ich war auch kein Ökonom, war früher nur Informatiker und habe auch schon gesehen, dass andere Blockchain-Lösungen gewisse Lösungen mit sich bringen können. Ich habe die Physik und die Ökonomie zusätzlich lernen müssen und habe es wirklich in vielen, mittlerweile tausend Stunden getan, um zu verstehen, warum Bitcoin hier eine Lösung ist. Und das ist mal sehr gefährlich, über Bitcoin zu sprechen, wenn man halt nur aus einem Fachbereich darauf schaut. Aber wir hören mal weiter. Ja, das heißt, aus meiner Sicht ist der Blockchain-Teil ein Informatik-Ding und edel und gut. Aber der andere Teil, wenn die Exchanges dazukommen, die dann Bitcoins in Dollar und Euro tauschen und umgekehrt, das ist so der böse Teil, der macht alles kaputt. Das sind alles Psychopathen und Abzocker. Genau, Psychopathen sind wir sowieso. Es gab eine Studie, die festgestellt hat, Bitcoiner sind alle Psychopathen. Am Ende der Studie stand dann, naja, aber es kann auch sein, dass wir uns komplett irren, weil die Daten alle völlig irrelevant sind. Aber deswegen dieses Meme. Wir sind alle Psychopathen. Genau so sieht es aus. So, was für Probleme löst man denn in der Informatik? Da habe ich das Gefühl, dir ein bisschen Framing mitgeben zu müssen. Das ist so ein typisches Kriptografie-Problem. Genau, also diesen Part werden wir jetzt überspringen. Das sind, ich sage mal, einfach die Basics zur Kriptografie und so weiter. So, wir springen mal ungefähr an diesen Teil hier. Da erklärt er den Trusted-Part und dass man eigentlich ohne Dienstleister klarkommt. Und ab hier wird es nämlich wild, da geht er auf den Proof-of-Work ein und auch auf die ökonomischen Anreize, die er meiner Meinung nach komplett fehleradressiert. Wir hören mal rein. Und das macht mit Hash-Chaining, das hat also Blockchain auch gemacht. Das heißt, was ich sagen will, nichts davon ist schwarze Magie. Die haben die Tools genommen, die es gab und haben gesagt, okay, die klappeln wir jetzt so zusammen und dann kommt das hier raus. So, wenn ich jetzt einen Lock habe, das ist natürlich irgendwann unhandlich groß. So ist das bei Bitcoin auch. Das passt inzwischen gar nicht mehr auf eine handelsübliche Festplatte. Das stimmt halt nicht. Ich weiß nicht, welche Blockchain er sich da angeguckt hat, aber genau das ist die Stärke von Bitcoin. Ein Bitcoin-Blockchain, die braucht im Moment knapp 400 Gigabyte Speicherplatz und das nach 13 Jahren Betrieb. Also genau genommen ist Bitcoin extrem klein. Genau das ist der Vorteil. Genau das ist der Grund, warum wir in der Lage sind, hier mit so einem kleinen Raspberry Pi und einer kleinen SSD, das ist eine ganz normale 1 Terabyte SSD, könnte eine 500 Gigabyte SSD auch ausreichen, in der Lage sind, die gesamte Bitcoin-Blockchain zu speichern und alles, was jemals in diesem Netzwerk passiert ist. Bei anderen Blockchains sieht das anders aus. Das ist auch genau das Problem, warum diese langfristig sich ja immer weiter zentralisieren, weil es schwieriger wird, solche Nodes hier zu betreiben. Nur als Info, in Deutschland haben wir einen der größten Standorte, was diese Nodes angeht. Ich habe zwei Videos gemacht, wie man solche Knotenpunkte einrichtet und das hat dann dazu geführt, dass die Menschen aus allen möglichen Geschäftsbereichen in der Lage waren, sich sowas aufzusetzen. Das geht mittlerweile innerhalb von zehn Minuten, das ist kein Witz. Und dann ist das installiert und das kann jeder. Ich verlinke euch mal unten so ein Video, zum Beispiel zu Umbrel, wie man so eine Note aufsetzt in kürzester Zeit. Und bei mir in der Community sind Leute aus allen möglichen Lebensbereichen, Geschäftsbereichen, vom Sozialpädagogen über den Handwerker, über den Bäcker, die sowas betreiben. Das ist gar kein Problem, wir brauchen eben niemandem Vertrauen. Und er suggeriert hier, dass das doch passiert, weil die Blockchain so groß sei, das stimmt nicht. Und eigentlich muss jeder Teilnehmer am Bitcoin-Netz eine Kopie davon haben, das ist in der Praxis, wird das nicht mehr gemacht, sondern die meisten Leute hantieren gar nicht direkt mit Bitcoin, sondern benutzen irgendeinen Dienstleister dafür. Aber damit ist... Das stimmt halt wie gesagt nicht, ja. Natürlich das Versprechen der Trusted-Fan-Party weg. Also eigentlich ist das schon eine Bankrotterklärung. Aber gut, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Die Innovation von Bitcoin ist dieses Problem, der Synchronisation von dem Block mit wirtschaftlichen Anreizen zu lösen, nicht mit technischen. Und da sind viele Informatiker sehr geflasht, dass man da so rangehen kann überhaupt. Genau, und das ist halt auch ein genauer Punkt mit den wirtschaftlichen Anreizen. Das verstehen nämlich viele Informatiker leider nicht, weil aus der Informatikersicht die Ökonomie einfach zu weit im Hintergrund ist. Und das Verständnis, was Geld ist und wie Geld funktioniert, ist eines der schwierigsten Verständnisse auf diesem Planeten, weil Geld das Fundament einer Gesellschaft ist und jeden gesellschaftlichen Aspekt, und das heißt auch jede Kernkomponenz der Gesellschaft umfasst. Das ist halt einfach so. Aber wir schauen mal weiter. Und zwar war die Idee, wir nehmen Proof-of-Work, das habe ich ja vorhin für Spam-Bekämpfung erklärt, und machen das halt nicht als Challenge an einem Gegenüber, sondern als Ausschreibung. Ich sage, hier ist das Problem, und wer zuerst die Lösung findet, kriegt den Zuschlag. Das ist die zentrale Erneuerung von dem Blockchain-Vorschlag. Und jetzt stellt sich die Frage, wer würde denn an der Ausschreibung teilnehmen? Das kostet Strom. Und der gewinnt ja nichts. Der hat ja nichts davon. Der darf ja nur entscheiden, ob meine Transaktion reinkommt oder nicht. Da gewinnt er ja nichts. Und naja, in Euro und Dollar kann ich den nicht bezahlen, weil es keine zentrale Instanz gibt. Daher muss ich den in Bitcoin bezahlen. Und dann kann ich das als Teil des Mining-Prozesses machen, das Geld geschöpft wird und so ist es dann auch. Bei Bitcoin ist es so, das Mining schöpft Geld, im Moment zumindest noch, und ich nehme Transaktionsgebühren. Die Bitcoin-Lösung ist, ich habe hier mal die aktuellen Zahlen genommen, so eine Transaktion ist relativ günstig mit 0,0004 Bitcoin, aber es wird 6,25 Bitcoin geschöpft, und das ist nach Kurs, Anfang, Ende März, als ich die Folie hier geschrieben habe, inzwischen ist das schon wieder ganz woanders, aber 240.000 Euro. Und das wird alle 10 Minuten ausgeschüttet. Das heißt, Sie sehen, da kommt der Anreiz her, warum die Leute eine Mining machen wollen. Ja, da wird unglaublich viel Geld verschenkt. Da wird kein Geld verschenkt. Das ist ein wirtschaftlicher Prozess. Also, wenn jemand jetzt etwas arbeitet und seine Arbeit verrichtet hat, dann wird er danach bezahlt. Das ist kein Verschenken von Geld, das ist Bezahlen. Das ist ganz einfach so. Und das zeigt dir schon, dass Bitcoin zu einem Geld wird. Genau das ist nämlich der große Unterschied von Geld und Währung. Eine Währung muss von einem Staat aufdoktriniert werden auf die Menschen und gesagt werden, hier, das ist jetzt euer Geld, das müsst ihr jetzt benutzen. Und ein Geld ist einfach ein freigewähltes Geld. So wie Zigaretten im Gefängnis zu Geld werden können, weil die Menschen halt erkennen, hey, die haben hier einen großen Grenznutzen. Jeder nimmt diese Zigaretten an, ob er Raucher ist oder nicht. Das heißt, der Nutzen geht über den eigentlichen Nutzen hinweg. Und genau das ist bei Bitcoin auch der Fall. Der eigentliche Nutzen ist, hier die Miner zu bezahlen. Der wirkliche Nutzen ist, dass wir diese Bitcoin auch für alles andere benutzen können, weil die Miner einen Gegenwert an dieser Stelle ja schon dort definieren und alle anderen Teilnehmer im Netzwerk auch. Und das Mining-Geschäft, dieses Proof of Work, was er hier vorhin beschrieben hat, ist ja dafür da, Sicherheit in diesem Netzwerk zu erzeugen, dass es eben keine Double Spends gibt, dass es eben dieses Orakelproblem nicht mehr gibt und so weiter. Und das ist natürlich wertvoll. Und genau so ist es wertvoll, dass der Miner seinen Job verrichtet, das Mining macht und dann bezahlt wird. Also hier wird nichts verschenkt, sondern er wird bezahlt. Im Moment natürlich noch auch aus neuen Coins. Dazu muss man aber sagen, 90% aller Bitcoin, die es jemals geben wird, sind bereits im Umlauf. Und das heißt, die letzten 120 Jahre finden die Miner noch knapp 10% neue Coins. Also knapp 2 Millionen Stück. Und das ist alles. Und diese Menge, die halbiert sich alle vier Jahre und wahrscheinlich geht er da gleich auch noch drauf ein. Also weiter als hier habe ich auch noch gar nicht geschaut. Wir schauen jetzt mal weiter. Der Vorteil von dieser Konstruktion ist, dass ich vorher nicht weiß, wer den nächsten Block schöpfen wird. Das heißt, ich kann weder mit einer Pistole hingehen und den bedrohen, noch kann ich den bestechen. Das ist sozusagen der Schutz vor Korruption. Dass ich vorher nicht weiß, wer wirklich den Zuschlag. Aber das funktioniert nur unter der Annahme, dass es einen weltweiten Wettbewerb gibt. Wenn sich dann ein Kartell bildet, dann können die einfach zusammenarbeiten und dann muss dann niemand bestochen oder korrumpiert werden. Dann ist das System fällt dann. So und der Schutz von Bitcoin ist, dass der Strom teuer ist. Also ich habe gesagt, ich werde in Bitcoin bezahlt als meiner. Aber es kostet ja Strom. Und dieser Strom, wenn ich also die Bitcoin übernehmen wollte, ich mache jetzt meinen Machtergreifungsangriff auf die Bitcoin, dann muss ich so viel Hardware haben. Na gut, da gehe ich jetzt mal von aus, die kann ich irgendwie mieten. Das stimmt nicht in der Praxis. Aber nehmen wir mal an, ich könnte die Hardware mieten. Ja, das ist schon das erste Problem. Diese Annahmen sorgen schon dafür, dass ein gewaltiges Problem gelöst wird. Und zwar diese Hardware in dieser Menge zu haben. Also eben mehr Hardware zu haben als der Rest der Welt bedeutet, ich muss auch Ressourcen bekommen. Auch das ist am Ende ein Proof of Work. Ja, weil wir physikalische Leistung brauchen. Alles besteht aus physikalischer Leistung. Auch die Hardware, genauso wie der Strom. Also eigentlich geht es hier gar nicht um den Strompreis, sondern um die Kosten, die unsere physikalische Leistung eben hat. Darum geht es hier. Und das ist auch die Annahme, die Bitcoin sich ja macht. Aber wir hören mal weiter. Dann müsste ich mehr Strom aufwenden als alle anderen zusammen. Und das ist der Korruptionsschutz der Bitcoin. Ja, und es geht hier auch nicht um Korruptionsschutz. Korruption ist ein Aspekt. Es geht hier allgemein auch um das Orakelproblem festzustellen, ob physikalische Leistung erbracht wurde oder nicht. Und auch festzustellen, ist dieses Netzwerk davor sicher, dass jemand hier zensieren kann beispielsweise. Und das hat gar nichts mit Korruption im Zweifelsfall zu tun. Und dementsprechend ist das hier auch eine falsche Annahme meiner Meinung nach. Aber er hat schon recht. Jemand müsste mehr physikalische Leistungen akkumulieren und zwar dauerhaft, nicht nur kurzfristig, dauerhaft als der Rest der Welt in der Lage ist, diese zu akkumulieren. Und das macht Bitcoin sicher am Ende. Ja, und das heißt, wenn wir jetzt einen Ansatz finden, wie wir mit weniger Strom Bitcoin meinen können, ändert das überhaupt nichts. Weil dann werden die Leute den Strom, den sie einsparen, nutzen, um mehr Rechenpower zu betreiben. Das heißt, es wird in aufabsehbarer Zeit nie so sein, dass es weniger Miningleistung gibt, als vorher durch irgendwelche Effizienzgewinne. Das muss wenn, dann anders kommen. Das heißt aber auch, wenn wir tatsächlich hier irgendwie regulativ eingreifen und sagen, ihr dürft keinen Strom oder nicht mehr so viel Strom für Bitcoin meinen benutzen, dann bricht der Korruptionsabwehrmechanismus der Bitcoin weg. Das will ja auch keiner. Ja, das ist unser Problem. Deswegen ist Bitcoin so eine Umweltsau. So, da sagt er, deswegen ist Bitcoin so eine Umweltsau. Stimmt, den Part hatte ich auch schon vorher gesehen. Da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Also, zum einen, ja, du kannst versuchen, regulatorisch Bitcoin zu verbieten oder das Mining zu verbieten. Das sorgt aber nicht dafür, dass das Netzwerk geschwächt wird. Weil genau das haben wir gesehen. In China haben wir letztes Jahr ein Bitcoin-Mining-Bahn gesehen. Und in China waren über 40% des globalen Minings lokalisiert. Und das hat das Bitcoin-Netzwerk gar nicht gestört. Das hat überhaupt nicht lange gedauert, bis die Miner sich in allen möglichen anderen Ländern wieder verteilt haben, die offen für Mining sind, die dadurch sehr viel Geld ins eigene Land bringen und dort den Strom nutzbar machen. Und vor allem welchen Strom? Den überproduzierten Strom. Und der fällt wo an? Genau, bei erneuerbaren Energiequellen. Die Aussage von dem Fefe, also zu sagen, Bitcoin sei eine Umweltsau, ist absolut fehlverstanden. Und er hat sich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt. Und hier kommen wir zur nächsten Kompetenz, die man braucht, um Bitcoin zu verstehen. Und das ist die Ökologie und vor allem unsere ganze Strom- und Energiewirtschaft. Im Endeffekt ist es nämlich so, dass wenn wir erneuerbare Energiequellen haben, wir immer darauf hoffen müssen, dass da draußen die Energie, die durch Sonne, durch Wind und andere Naturereignisse erzeugt wird, dass die auch immer dann da ist, wenn wir diesen Strom brauchen. Und das ist eben nicht der Fall. Das heißt, ganz häufig ist es so, dass Windkrafträder sich drehen, obwohl wir den Strom gar nicht brauchen. Und dieses Netz, das Stromnetz, was wir haben, das ist kein Speicher. Das muss immer genau perfekt viel Strom bekommen, wie es auch wieder abgeben muss. Also hier kann nicht mehr rein oder weniger rein, dann kollabiert das Netz. Das muss immer passen. Und wir müssen diese Schwankungen immer abpassen und auffangen können. Und das stellt ein Riesenproblem dar, weil dadurch produzieren wir massiv viel Strom über, wenn wir alles mit erneuerbaren Energien vollpflastern würden, weil wir auch in dem Moment die Energieanforderungen bedienen müssen, können müssen, wenn sehr wenig Wind weht zum Beispiel, aber gerade die Industrie läuft und alle Leute ihre Fernseher laufen lassen. Ja, und was macht man dann, wenn nicht genug Wind da ist? Ja, man baut so viele Windparks auf, dass auch wenn der Wind nur mit 10% bläst, dass man ausreichend Strom hat. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn nachts alle schlafen und ganz viel Wind weht, dass man massiv viel Strom überproduziert. Das weiß auch die Bundesregierung und die will aber diese Energiewende, wir wollen ja weg von den fossilen Brennstoffen wie Kohlestrom oder Ölstrom und so weiter, hat aber genau dieses Problem. Und was machen sie jetzt? Sie sagen den Energiebetreibern, für die sich das ja teilweise gar nicht lohnt würde, wenn sie dann die Hälfte der Zeit ihre Windkrafträder abschalten, hey, pass mal auf, wir wissen, wie das Problem ist und wenn ihr hier Strom überproduziert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Strom zu nutzen. Einmal, hier sind große Kisten, die stellt ihr neben eure Windkrafträder, die machen einfach aus eurem Strom Wärme. Das heißt, der gewonnene Strom wird wieder in die Umwelt abgegeben, weil wir durch die Energieerhaltung immer wieder einfach nur Stromumwandlung haben oder Energieumwandlung haben. Das heißt, wir gehen von dem einen Strom, elektrischer Strom, der durch die Windkraft gewonnen wurde, hin, machen daraus Wärmeenergie, also wandeln diesen Strom, diese Energie um von elektrisch zu thermisch. Und genau das ist, was immer passiert, immer bei der Energiegewinnung. Und im Endeffekt, ja, hat man aber dadurch nichts gewonnen. Und eigentlich verdient ja dann in dem Moment auch die Windkraftanlage kein Geld. Dann geht die Bundesregierung aber hin und sagt, hey, egal, wie du, wie wir den Strom abnehmen im Stromnetz, wir bezahlen dich, als hättest du eine volle Kilowattstunde geliefert. Ja, und manchmal ist eben die Lösung, so einen Wärmeblock da hinzustellen, Windkraftanlagen abzuschalten oder sogar hinzugehen und zu sagen, wir verkaufen den Strom ins Ausland zu Negativpreisen. Also wir geben den ins Ausland und sagen dem Ausland, hey, wenn ihr jetzt eine Kilowattstunde Strom nehmt, dann kriegt ihr noch einen Cent oben drauf. Und wir bezahlen aber die ganze Zeit die Windkrafträder und müssen das aus Steuergeldern bezahlen, aus neu produziertem Geld, welches, ja, noch gar nicht da ist, was unser aller Geld eigentlich Geldwert verringert und zur Inflation führt. Oder das Ganze wird eben teilweise auch umgelegt auf den Strompreis. Und das ist natürlich alles ein Prozess, der nicht gut ist, weil wir eben ganz viel Energie weltweit produzieren, die wir nicht nutzbar haben. Und Bitcoin macht diese Energie nutzbar, weil auch statt so einem Heizblock könnte man dort einfach einen Bitcoin-Miner hinstellen. Der macht genau das Gleiche, der wandelt eben elektrische Energie in Wärme um und aus dieser elektrischen Energie würde dann am Ende monetärer Wert werden in Form von Bitcoin-Mining. Und ganz besonders ist hier, und das wird gleich mit Sicherheit noch interessant für diesen Vortrag, dass wenn wir Bitcoin-Mining betreiben, sich das nur bis, sagen wir mal aktuell, irgendwie 6 Cent oder so lohnt. Das heißt, immer wenn wir einen Abnehmer haben aus der Industrie oder der Wirtschaft für unseren Strom, dann zahlt er mehr dafür. Also es lohnt sich also nicht, lieber Bitcoin-Mining zu betreiben, statt den Strom an Haushalte oder die Industrie zu geben. Weil die geben einem mehr Geld, da könnte ich ja besser dort den Strom hinliefern und von dem Gegenwert Bitcoin kaufen, wenn ich das wollte. Da wäre ich profitabler als ein Miner, der es nicht tut. Und früher oder später würde mich genau dieser Prozess aus dem Spiel heraus drängen. Das heißt, Bitcoin wird gar nicht überwiegend aus fossilen Brennstoffen oder so betrieben, sondern mit der Zeit immer weniger aus diesen fossilen Brennstoffen und immer mehr aus erneuerbarer Energie, weil hier eben überproduzierte Energie anfällt und die kostet mich nichts 0 Cent. Ich kann dann zwar nicht dauerhaft betreiben, muss dann zwischendurch abschalten oder runterfahren, das macht aber nichts. Weil wie gesagt, dadurch, dass es 0 Cent sind, bin ich einfach viel effizienter wie jemand, der eben einige mehr Cent, sagen wir 8 oder 10 Cent oder so für Kohlestrom bezahlt. Und das führt dazu, dass Bitcoin mittlerweile eins der saubersten Netzwerke der Welt ist. Ja, also weltweit ist der Bitcoin-Energie-Mix zu 58,5% bestehend aus erneuerbaren Energiequellen. Und jetzt haltet euch fest, ohne dass es hier ein Gesetz gab oder eine Regulierung. Und dieser Wert, der war vor wenigen Jahren noch bei 37%. 2019 hat die Cambridge University festgestellt, dass dieser Wert bei 37% ist und mittlerweile ist er bei 58,5%. Und das zeigt diese Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks und wir müssen einfach verstehen, dass das etwas ist, was komplett ohne politischen Einfluss stattgefunden hat. Und das ist die Entwicklung, die wir sehen und das macht Bitcoin nicht nur zu einem der saubersten Netzwerke der Welt, sondern dann auch zu einem Treiber für die Energiewende. Also Bitcoin als Umweltsau zu bezeichnen, ist halt einfach faktisch falsch. Und da hat der Herr Felix Leitner hier eine sehr negative Auffassung über das ganze Thema, weil er eben Ökonomie, Ökologie und eben Wirtschaft nicht versteht und vor allem nicht unser ganzes Stromgeschäft. Und das ist ein Riesenproblem. Ich möchte hier nochmal weiterlaufen lassen. Ich denke, wir kommen noch ein, zwei Mal an diesen Punkt. Es gibt noch einen Haufen Detailprobleme, die ich hier kurz skizzieren will. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, alle Transaktionen landen in dem öffentlichen Lock. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin glücklich und kriege eine Überweisung vor Finanzamt, dann steht eine Transaktion mit deren digitale Signatur im Lock, wer Felix kriegt irgendwie 100 Euro, die kann ich einfach nehmen und nochmal ins Lock schreiben. Ja, stopp, das stimmt erstmal nicht. Da steht nicht drin, der Felix kriegt das, sondern da steht eben ein Synonym drin, in der Blockchain steht eben nicht sein Name. Dann kriege ich wieder 100 Euro. Das wäre doof, wenn das klappt. Also brauchen wir irgendeine Art Replay-Attackenschutz, nennt sich diese Art von Angriff. Und Bitcoin löst das so, dass es eben keinen Kontostand gibt, sondern es gibt konkrete Coins. Und wenn ich eine Überweisung tätige, dann werden konkrete Coins zerstört und es werden neue Coins erzeugt, einmal für den Teil, den ich überweisen wollte und einmal für den Rest und die werden dann den Konten gut geschrieben. Das heißt, wenn ich es nochmal ein Reiche, sind die Coins schon weg. Ja, so funktioniert das. Ich würde sagen, Bitcoin ist schlau. Das ist kein doofes Verfahren. Ich will hier niemanden als irgendwie inkompetent hinstellen. Das ist Stand der Technik. Also besser hat noch keiner herausgefunden, wie man das macht. So, aber das waren halt Informatiker. Die waren an der Frage interessiert, kann ich das Problem lösen und nicht, kann ich das gut lösen. Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich so zwei, drei Probleme aus diesem System. Das erste zum Beispiel, wir haben ja schon gesagt, bei Mining wird Geld geschöpft. Da kommt alles Geld her bei Bitcoin. Alles Geld. In Bitcoin ist irgendwann ein Miner ausgezahlt worden. Und wir haben vorhin schon die Kurve gesehen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das hier ein bisschen abgekürzt. Alle vier Jahre halbiert sich die Höhe der Auszahlung. Das ist so ein bisschen ein Problem, wenn man ein Miner ist und da so eine Tonhalle von Hardware hingestellt hat. Wenn ich da ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch das halbe Geld für kriege, gibt es eigentlich nur einen Ausweg, nämlich, dass ich dafür sorge, dass der Kurs in der Zeit auch mehr als verdoppelt ist. Und wenn wir uns den Bitcoin-Kurs über die Jahre ansehen, werden wir feststellen, genau das ist passiert. Ja, das liegt aber nicht zwangsläufig an den Minern alleine, weil die können den Kurs nur verdoppeln, wenn die Nachfrage dafür da ist. Felix macht hier einen großen Fehler, den viele machen, die sich Bitcoin anschauen. Nicht-Bitcoin ist wertvoll wegen dem Mining. Das Mining wird betrieben, weil Bitcoin wertvoll ist, weil Bitcoin Nutzen für die Menschen hat. Und genau dieser Nutzen erzeugt, dass die Menschen bereit sind, einen höheren Preis für Bitcoin zu bezahlen. Und im Endeffekt ist dieser Prozess, den wir alle vier Jahre sehen, auch getrieben durch unser klassisches Fiat-Geld und die dortigen Boom-and-Bust-Zyklen. Aber alles in allem zeigt es vor allem das Voranschreiten von Bitcoin, weil mehr Menschen sich im aktuellen Zustand für dieses Netzwerk interessieren. Was wir aber auch sehen, ist, dass über die Jahre diese Zyklen immer kleinere Ausschläge mit sich bringen und das Netzwerk sich immer weiter vom Kurs-Wert-Preis stabilisiert. Dennoch ist es so, dass physikalische Leistung allen Dingen zugrunde liegt. Das heißt, alles dehnt sich mit der Zeit aus und alles inflationiert. Das heißt, Bitcoin würde sowieso, weil es ja eine begrenzte Menge von 21 Millionen Coins gibt, unendlich lange im Gegenwert zu allen anderen Dingen steigen. Wenn man das so betrachtet, also wir uns als Menschen für Bitcoin einigen, dann würde Bitcoin unendlich lange im Gegenwert steigen, weil wir alles andere mit der Zeit ausdehnen können. Und dementsprechend ergibt sich hier auch einen Wert, wenn die Menschen sagen, hey, ich benutze Bitcoin als mein Geld, weil auf einmal wird ja alles andere mehr, ja, also die Menge wird größer und Bitcoin bleibt knapp und das heißt, Wert geht hoch, ja, Punkt. Und das hat natürlich auch was mit dem Harving zu tun, das liegt aber nicht daran, dass die Miner dafür sorgen müssen, dass der Kurs hochgeht, ja, wie sollen die das machen? Die können ja sagen, hey, ich will jetzt für meinen Bitcoin doppelt so viel Geld haben, aber das wird ja nur funktionieren, wenn es jemanden gibt, der das auch kauft. Und solange die Miner dich nicht dazu zwingen und dir eine Pistole vor die Brust halten und sagen, kauf jetzt diesen Bitcoin, ist es deine private, persönliche Entscheidung, ja, das heißt, die Miner sorgen hier für gar nichts, eigentlich sind es die ökonomischen Regeln, die dafür sorgen, weil die Umlaufgeschwindigkeit sich verändert, alle vier Jahre gibt es eben nur halb so viele neue Coins, viele Leute lassen einen Sparplan laufen, versuchen einfach, möglichst viele Bitcoin zu akkumulieren und sind einfach bereit, zu jedem Preis zu kaufen, weil die Bitcoiner ein, zwei Stand haben, Bitcoin steigt in Bezug zu allen anderen Dingen unendlich lange, eben rausgesumt auf eine lange Zeitskala, eben nicht auf ein, zwei Jahre, sondern auf mindestens, wer hier auch gut festgestellt hat, vier Jahre und dementsprechend sind sie bereit, zu jedem Kurs immer Bitcoin zu kaufen und das sorgt dafür, dass natürlich einfach irgendwann, wenn der Bestand, der neu reinkommt, an neuen Bitcoin sich verknappt, auch zwangsläufig der Preis hochgehen muss. Das ist eine ökonomische Folge und keine Folge, weil die Miner das hier erzwingen von den Leuten. Meine These ist kein Zufall, denn sonst wäre das System kollabiert und da gibt es so viele Steakholder, die das nicht wollen. So, Inflation wird verhindert über ein sogenanntes Hardcap, die 21 Millionen, die haben wir auch schon gesehen beim Vorredner, das gebe ich hier mal, 90% sind schon geschöpft davon, können wir ignorieren. So, was passiert denn, haben wir auch schon kurz über die Frage angesprochen, was passiert denn, wenn jetzt alle Coins geschöpft sind? Wer bezahlt dann die Miner? Und da würde ich Ihnen als Wirtschaftler einfach raten, sich das zu überlegen. Wir haben ja gesagt, zwei Komponenten gibt es, wir haben einmal das Geld, was geschöpft wird im Moment und dann haben wir die Minengebühren, die relativ günstig waren, das muss ich dann halt umdrehen und jetzt habe ich Ihnen die Größenordnung gesagt, das heißt, eine Transaktion wird dann so 90 Euro kosten und das ist dann schon nicht mehr so lustig. Eine Transaktion wird 90 Euro kosten, was immer noch sehr günstig ist, weil in Wirklichkeit ist es mittlerweile so, also wie ich ja schon gesagt habe, Bitcoin ist der Ledger, die Buchhaltung vor allem aber über die ganzen Coins und nicht über unsere Transaktionen. Das ist auch ein Problem, was er am Anfang dieses Vortrags angesprochen hat, die Privatsphäre. Die Privatsphäre wird vor allem später im Lightning-Netzwerk geschafft, weil das hier ist eigentlich die Buchhaltung, die wir später miteinander führen, wo wir Transaktionen miteinander austauschen, die aber nur bei den jeweiligen Teilnehmern gespeichert werden. Das heißt, dritte Parteien sind nicht in der Lage, unsere Buchhaltung einzusehen, wenn wir das nicht wollen und die Bitcoin-Blockchain ist nicht dafür da, um darin später Transaktionen durchzuführen, also schon auch, aber eben nicht um unsere alltäglichen Dinge wie Kaffee gehen, Kaffee kaufen oder essen gehen oder so zu bezahlen, sondern halt nur, um festzustellen, wer besitzt welchen Stash allgemein an Coins und diese Menge der Bitcoin ist nicht ausweitbar und niemand kann dich von diesem System zensieren. Das heißt, nach aktuellem Stand, wenn wir Bitcoin mit der heutigen Rechenleistung betreiben wollen würden, er hat es ja gerade ausgerechnet und es gäbe keine 6,25 Bitcoin-Inflation, dann würde eine Transaktion nach dem heutigen Stand 90 Dollar pro Transaktion kosten, um dieselben Kosten des Miners zu decken und das würde heißen, einen Lightning-Kanal zu eröffnen, kostet 90 Dollar und das ist kein großes Problem, weil den können wir einmal eröffnen und können unser Leben lang in Lightning bleiben damit. Ja, das würde durchaus gehen und genau das ist halt auch der Zustand, wir werden in Zukunft fast nur noch Lightning benutzen, um dort Bitcoin auszutauschen, wir müssen aber den Hauptlayer haben, weil dort sind die Bitcoin erzeugt und die bleiben dort auch drin. Lightning ist nur eine Buchführung, die außerhalb des Netzwerks passiert, wo zwei Parteien miteinander Werte austauschen und im Endeffekt dann im Hauptnetzwerk nur das Endresultat reinschreiben. Also die machen 1000 Transaktionen außerhalb und schreiben dann in das Hauptnetzwerk eine Transaktion rein mit diesem Endzustand dieser 1000 Transaktionen, die die beiden Parteien gemacht haben. Und so können über mehrere Parteien hinweg auch durch dieses Netzwerk Routen an Geld geschickt werden und das funktioniert heute schon. Ich habe ein sehr gutes Video zu Lightning gemacht, wo das alles einmal erklärt wird. Ich verlinke euch das Lightning Video unten in der Videobeschreibung, klickt da einfach mal drauf, guckt euch das an, geht eine halbe Stunde, lohnt sich wirklich, dann habt ihr verstanden, wie das Lightning Netzwerk funktioniert, warum es dort keine Inflationsbugs gibt und warum es das Bitcoin Netzwerk braucht und warum Lightning auch überhaupt entstanden ist. Hätte der Fefe auch schauen sollen, weil dann hätte er nämlich diese Annahmen hier nicht getroffen. Wir schauen weiter. Das ist ja mit Deflation. Jetzt haben wir Inflation geklärt. Die gibt es nicht, weil es ein Ende gibt, aber es ist mit Deflation. Und da habe ich schlechte Nachrichten. Niemand verhindert Deflation. Es gibt keine Notenbank, die da irgendwie eingreifen könnte. Das ist ja die Idee gerade. Und wenn Sie sich das mal genau überlegen, stellen Sie fest, die Geldmenge schrumpft sogar, weil nämlich Leute ihre Wallets verlieren oder es gab schon Tippfehler bei Überweisungen, da ging das an eine Wallet, die es gar nicht gibt. Die Kohle ist dann weg. Oder jemand vergisst sein Passwort, sowas passiert ja und das Geld ist dann halt nicht mehr benutzbar. Das heißt, die tatsächliche Geldmenge schrumpft und wenn Sie denken, das passiert doch keinem, ja doch, es gibt hier diesen ganz tollen Fall von einem Typ, der hat eine Festplatte versehentlich weggeschmissen mit Bitcoins und wenn man diese Schlagzeilen, also den Namen von diesem Typ sucht, dann ist das total lustig über die Jahre, weil es ging los mit, boah, eine halbe Million in Bitcoins habe ich verloren, ich suche jetzt auf der Müllhalde und nächstes Jahr so, ich habe eine Million in Bitcoins verloren, ich suche jetzt auf der Müllhalde und seit acht Jahren sucht er rum. Inzwischen sind wir bei ungefähr 500 Millionen. Ja, also das passiert, ja, das ist eine reale Gefahr. So, kurzer Zwischenruf, ich habe ja gesagt, Deflation wird nicht verhindert, ja, wie ist denn das, wenn wir eine richtige Währung haben, sowas wie den Euro und keiner verhindert Deflation, das ist auch eher schlecht für die Wirtschaft. Na, da renne ich bei Ihnen hoffentlich auf eine Tür hinein. Wieso gibt es die... Hoffentlich nicht, das ist eines der größten Fehlannahmen, die wir überhaupt haben, dass Inflation etwas Gutes sein. Inflation ist Geldmengenumverteilung. Das bedeutet nicht, dass wir damit Innovation fördern, das bedeutet nur, dass wir die Macht über unser Geld an eine zentrale Partei geben, die angeblich besser Bescheid weiß, wo das Geld der Menschen gebraucht wird. Aber warum sollte eine zentrale Instanz wissen, was ich als Person, als Einzelindividuum wirklich brauche? Was nämlich passiert bei Inflation ist, wir haben mal angenommen, einen Bauern, der zieht einen Flug hinter sich her und sagt, hey, ich bräuchte jetzt mal ganz schnell Geld, um mir einen Traktor zu leisten, weil dann könnte ich einfach mehr Kartoffeln produzieren und dann kann ich auch schnell den Traktor abbezahlen. Wenn ich also jetzt einmal Geld bekommen würde, was von mir aus auch aus dem Nichts erzeugt wurde, dann habe ich einen Riesenvorteil. Das Problem ist, es gibt vielleicht noch einen zweiten Bauern, der zieht auch diesen Flug hinter sich her und der spart schon seit zehn Jahren auf diesen Traktor. Der ist sehr effizient, hat versucht, seinen Prozess dahingehend anzubauen, dass er möglichst viel sparen kann und der hat jetzt schon fast seinen Traktor zusammengespart. Der hat schon 55.000 Euro von 60.000 gespart in den letzten zehn Jahren und hat es jetzt bald geschafft und kann sich in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren diesen Traktor für 60.000 Euro leisten. Jetzt kommt dieser andere Bauer, der eben gerade neu ist in dem Business und merkt, boah, ist aber ganz schön anstrengend, mich nervt das, geht zum Kreditwesen und sagt, hey, Kreditwesen, gib mir mal bitte Geld für den Traktor. Ich brauche jetzt 60.000 Euro. Das Geld wird aus dem Nichts erzeugt, wie jetzt übrigens heute in fast allen Belangen. Die gesamte Wirtschaft ist verschuldet. Unser gesamter Immobilienmarkt basiert eigentlich auf Schulden, die staatlich ausgegeben wurden und viele andere Industrien, eigentlich jede heutzutage und jeder Beruf lebt davon, dass da eine Geldschöpfung ist. Und was passiert ist, ja, dieser Bauer, der sich jetzt gerade erst sein Business gestartet hat und sich das Geld leiht, der kann sich jetzt den Traktor leisten. Das heißt, die Geldmenge wurde ausgedehnt. Das ist jetzt mehr Geld im Umlauf. Plus, der Traktorenmarkt wurde verknappt. Und der, der jetzt seit 10 Jahren drauf spart, dem rennt auf einmal der Preis weg. Auf einmal kostet nämlich ein Traktor nicht mehr 60.000, sondern 65.000 Euro und die Geldmenge ist auch entwertet und er muss noch länger dafür arbeiten, um an diesen Traktor zu kommen. Das heißt, Inflation hat jetzt eigentlich dem Sparer, der vorsichtig umgeht, die Menge an Geld oder Geldwert weggenommen und hat sie jetzt jemandem gegeben, der ineffizient ist und einfach nah am Kreditwesen steht. Diesen Effekt nimmt man auch Cantillon-Effekt. Der ist seit 1755 bekannt und wird in der heutigen Ökonomie ständig ignoriert. Also man tut immer so, dass Inflation zu Innovationen führt. Dabei ist es eine Geldmengenumverteilung und sorgt vor allem für eine unfaire Umverteilung. Zum Beispiel ist es so, dass in der Corona-Pandemie die zehn reichsten Menschen der Welt ihr Gehalt verdoppelt konnten oder ihren Wert, den sie besitzen, verdoppelt konnten. Das ist der Cantillon-Effekt. Das beschreibt dieser Effekt. Und um mal zu zeigen, wie die Situation aussieht, das hier ist nicht der Bitcoin-Chart. Das hier ist die Geldmengenausweitung der USA seit 1971, wo nämlich die Knüpfung von Dollar an Gold aufgehoben wurde. Eben an eine physikalische Leistung. Eben so eine Knüpfung, wie Bitcoin sie in digitaler Form an unsere physikalische Leistung hat. Ja, und nachdem das aufgehoben wurde, was eigentlich nur temporär geplant war, ist das hier passiert. Und das hier ist die Geldmengenausweitung der letzten zwei Jahre. Was wir hier also sehen, ist ein katastrophaler Zustand und das führt zu einer massiven Umverteilung. Und am Markt besteht jetzt nicht mehr der, der das beste Produkt hat, sondern der, der am nächsten am Kreditwesen steht. Auf Kosten der Gesellschaft. Weil jeder, der jetzt versucht zu sparen, dem wird der Geldwert weggenommen. Du bist nicht mehr in der Lage, auf dein Haus zu sparen. Du bist zunehmend nicht mehr in der Lage, auf ein Auto zu sparen. Und wir sind gezwungen, Schulden zu machen, um dir diese Dinge zu leisten. Und das Schuldenmachen ist genau dieser Effekt. Diese Schulden werden nämlich nicht daraus erzeugt, dass jemand Geld bei der Bank spart und dieses Geld verliehen wird, sondern die werden aus neu erzeugtem Geld bezahlt. Deswegen Inflation ist nichts Gutes. Und die Annahme von dem Pfefe, hier hoffentlich, wie er sagt, bei den Ökonomen offene Türen einzurennen, weil Deflation etwas Schlechtes sei, ist nicht gut. Ja, Deflation würde uns erstmal in eine deflationäre Spirale führen, weil wir diese ganze aufgeblähte künstliche Wirtschaft auf Basis von Inflation und von fehleradressierten Anreizen natürlich rückläufig sehen würden. Auf einmal wäre ja die Geldschöpfung weg. Das heißt, alle Businesses, die nur durch Kreditwesen profitabel sind, die wären nicht mehr da oder die würden rückläufig sein und das führt uns erstmal in eine Abwärtsspirale. Aber was passiert, wenn wir unten ankommen? Irgendwann hätte man ja trotzdem Hunger und hätte gerne ein Dach über dem Kopf und dann würden die Menschen anfangen, dafür zu arbeiten. Und der eine kann dann ein Dach bauen und der andere kann Brötchen backen und dann brauchen wir ein Geld, womit das funktioniert. Und nur weil ein Geld Spartenreize setzt, also deflationär ist, weil man sich in Zukunft mit dem Geld mehr kaufen kann, heißt das nicht, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Eine gesunde Wirtschaft funktioniert natürlich auch mit Deflation sogar wahrscheinlich noch viel besser, weil der belohnt wird, der spart. Wenn du heute sparst, dann wirst du bestraft, weil du dir in Zukunft weniger von deinem Geld leisten kannst. Und wenn du aber dein Geld sparst und dir in Zukunft mehr leisten kannst, dann wird das belohnt. Das heißt, ein vorsichtiger Umgang mit unserer Umwelt, mit allen Dingen, die wir haben und mit unserem Hab und Gut, der wird unter einem deflationären Gut, wenn das dauerhaft laufen würde, belohnt. Kurzfristige Anreize sind natürlich negativ, weil wir eine künstlich aufgeblähte Inflationswirtschaft rückläufig sehen würden. Genau das ist, was die Ökonomen fürchten, aber keiner macht sich Gedanken, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die eben komplett auf einem deflationären Gut laufen würde. Und das haben wir aber in der Antike oder in früheren Zeiten gesehen und das hat wunderbar funktioniert und hat für damalige Verhältnisse unglaubliche Innovationssprünge zum Vorschein gebracht und mal darüber nachgedacht, wenn wir heute davon leben, dass alles inflationiert, also das Geld inflationiert und wir schnell ausgeben müssen, heißt das auch, wir konsumieren deutlich mehr, als wir unter einem sparenden, sparsamen oder zum Sparen verleitenden Geld leben würden. Das heißt, wir überproduzieren Güter, wir überproduzieren alles Mögliche, schicken das komplett durch die Weltgeschichte. Die größten Unternehmen der Welt sind nicht mehr effizient. Die meisten Aktiengesellschaften sind hoch verschuldet und können nur deswegen bestehen, weil sie ständig neues Geld vom Staat bekommen und das ist Planwirtschaft. Das ist ganz nah an sehr sozialistischen Strukturen, die jede individuelle Entfaltung von uns nehmen und die Möglichkeit nehmen, am Markt wirklich mit dem besseren Produkt zu bestehen, sondern immer nur dann zu bestehen, wenn man nah am Kreditwesen steht und so die Konkurrenzkampf gewinnt. Und dementsprechend diese Annahme hier zu stellen, finde ich ganz schlimm und das zeigt nochmal, dass er eins der fundamentalen Probleme nicht verstanden hat, weswegen Bitcoin da ist und hier komplette Fehlannahmen trifft. Und das zeigt wieder, warum Leute aus einzelnen Fachbereichen nicht in der Lage sind, zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert. Weil wenn ich jetzt nur Ökonom wäre, dann reicht das auch nicht, um Bitcoin zu verstehen. Dann fehlen mir ja eben die Dinge, die er vorhin beschrieben hat, mit der Kryptografie, mit der Technologie, die wir dort haben, die das ganze Gewand so zur Verfügung stellen. Also ich muss wirklich, um Bitcoin zu verstehen, alle Lebensbereiche verstehen, von Physik, von Ökonomie, von Technologie, von Kryptografie und ihm fehlen hier einige. Das merkt man an der Stelle. ...den Bitcoin noch. Und da gibt es zwei Gründe für. Es gibt Angebote, weil die Miner noch Geld schöpfen. Die müssen nämlich ihre Stromkosten bezahlen. Die Stromkosten sind in Echtgeld. Also werden die regelmäßig Bitcoins in Echtgeld tauschen. Und in die andere Richtung gibt es Ransomware. Da wird die Rechner übernommen von irgendwelchen Cyberkriminellen und die sagen, ihnen zahlen sie so viel Bitcoin. Das heißt, wenn sie mal genau hingucken, stellen sie fest, zahlen sie 300 Dollar. Das war ja noch sehr günstig. Zahlen sie 300 Dollar in Bitcoin. Also die geben nicht mal an, wie viel Bitcoins sie haben wollen. Die sagen, wie viel Dollar sie haben wollen. Und das heißt, dem Bezahler bei der Bitcoin, es ist scheißegal, wie viel Bitcoins das sind und was die morgen wert sind, interessiert den überhaupt nicht. Der geht hin und sagt, nehmen sie mir Bitcoins für 300 Dollar. Ja, das stimmt so auch nicht. Also es gibt durchaus Miner, die ein komplettes Ökosystem nur aus Mining haben. Die auch den Strom vom Stromhersteller in Bitcoin beziehen. Also das funktioniert auch und es gibt auch mittlerweile ganze soziale Konzepte, wo ganze Landabstriche nur mit Bitcoin funktionieren. Hier mal als Beispiel in El Salvador gibt es den sogenannten Bitcoin Beach und dort so eine Art soziales Experiment. Da bezahlt sich jeder nur in Bitcoin. Da gibt es keinen Dollar mehr. Und diese Ransomware, die ihr hier gezeigt habt, aus den 90ern, die irgendwann mal 300 Dollar hingeschrieben hat, gegen Wert, um ganz ehrlich zu sein, das ist natürlich ein Thema hier, 2017. Das war eine Zeit, da war Bitcoin noch relativ klein. Da war der erste Medienhype und natürlich ist das völlig egal, was die entgegengesetzte Partei haben will. In der heutigen Gesellschaft ist Bitcoin ja noch nicht vollumfänglich als Geld verwendet. Natürlich steht da ein Dollar gegen Wert. Es geht auch darum aber, dass er hier suggeriert, dass das hier, wieso läuft Bitcoin noch einer der einzigen Use Cases sei. Und das stimmt nicht. Es gibt halt Länder, wo heute Krieg herrscht, wo die Menschen fliehen konnten, weil sie ihre Bitcoin mitnehmen konnten, weil sie sich zwölf Wörter im Kopf merken konnten. Es gibt Länder wie El Salvador, die ihre Auslandszahlungen, die vorher bei Western Union mit teilweise 30, 40 Prozent Gebühren belegt waren, über Bitcoin kostengünstig und sofort durchführen können. Und es gibt eben Menschen, die einfach sagen, hey, ich möchte nicht mehr, dass der Staat oder Staatsapparat und die Zentralbanken mir durch Geld drucken, meinen gespeicherten Lebenswert wegnehmen. Und wenn man Bitcoin als Geld wahrnimmt und nicht als Dollar oder Dollar-Repräsentant, dann wird einem ganz schnell klar, Bitcoin ist das härteste Versprechen, was man hier auf der Welt kaufen kann. Das knappste Gut, was es im Universum gibt, weil alles mit der Zeit sich ausdehnt, weil alles aus Energie und Zeit besteht und wir alles aus Energie und Zeit herstellen können in der Theorie, solange wir das Rezept dafür haben. Also als Beispiel, wir können, wir wissen, wir haben das Rezept, wie man einen Baum pflanzt und diesen Baum wachsen lässt. Der braucht Energie und Zeit und dann haben wir mehr Holz. So als Beispiel. Aber das geht mit Bitcoin eben nicht. Es gibt eine begrenzte Menge. Und das, was er hier suggeriert, ist halt, er versteht halt nicht, dass Bitcoin einen Nutzen hat. Und das ist ein Problem, weil wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich auch die Annahme einhergehen, Bitcoin ist verschwendete Energie. Die Morgenwert sind, interessiert den überhaupt nicht. Er geht hin und sagt, geben Sie mir Bitcoins für 300 Dollar. Und das ist der Grund, warum es auch der Bitcoin-Markt gibt. Wir haben Angebot und Nachfrage, aber das ist alles nicht organisch, würde ich mal sagen. Also da kann man jetzt natürlich über die Terminologie streiten. Gut. Was für konkrete Anwendungen gibt es denn? Die wichtigsten Anwendungen? Das sei nicht organisch. Was ist es denn dann? Weil der Bitcoin-Markt ist doch alles andere als zentral geplant. Das ist doch organisch, was wir hier haben. Also einen noch organerischen Markt kenne ich zur heutigen Zeit gar nicht. Also ganz wichtig. Es war lange Jahre Handelsbeschränkungen umgehen, denn in China gibt es halt den Renminbi und den Nuan. Und der Renminbi ist halt für die chinesische Binnenbevölkerung und den durfte man nicht gegen Dollar tauschen. Und das haben die halt gemacht. Die haben dafür Elektrizität gekauft und haben mit der Elektrizität Bitcoins gemeint. Und mit den Bitcoins haben sie dann Dollar gekauft. Und dann hat China gesagt, ja Moment, machen wir mal dicht. Und wie sich herausstellt, kriegt man Regulatorien halt nicht, kann man nicht Realität schaffen. Das heißt, da wird immer noch weiter gemeint. Aber da gibt es tolle Anekdoten zu. Ja, warum wird in China weiter gemeint? Das ist ein super wichtiger Punkt. Fefe ignoriert auch hier wieder genau diesen Punkt. In China wird an dem Wasserkraftwerk massiv viel Strom überproduziert. Strom, der eben für nichts genutzt werden kann. Und genau da saßen nämlich auch die Miner und da sitzen auch die Miner nach wie vor. Also wir haben hier einen Beitrag zu dem Thema, der da besagt, trotz Miningverbot, China noch immer zweitgrößter Miningstandort weltweit mit knapp 20% Hashrate. Und genau das ist nämlich das Thema, dass die überproduzierte Energie in China eben dem Staat nicht auffällt. Also die merken nicht, dass die jetzt auf einmal einen Abnehmer hat. Und da können die Miner weiter ihr Mining-Business betreiben, ohne dass es dem chinesischen Staat auffällt. Sehr interessant, vielleicht auch an der Stelle. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wie viel Energie global überproduziert wird, dann sehen wir, dass das gesamte Bitcoin-Mining, wenn wir jetzt die gesamte überproduzierte Energie zur Verfügung hätten, dann würde Bitcoin gerade mal 0,44% dieser global überproduzierten Energie nutzen. Und mal als Beispiel, die USA alleine produzieren so viel Energie über, dass wir das Bitcoin-Netzwerk dort 20 Mal betreiben können. Also alleine das ist ein Nutzen für Bitcoin, weil wir auf einmal nicht nutzbare Energie nutzbar machen können. Und ja, das zeigt eigentlich nur die Resilienz von Bitcoin, dass es sogar eins der totalitärsten Systeme unserer Welt widerstehen kann, dass die Miner dort weiter Mining betreiben können, weil es nicht mal dem chinesischen Staat auffällt. Und das zeigt, wie genial dieses Konzept von Proof-of-Work ist. Und das zeigt aber leider auch, dass er das Thema hier eben nicht versteht und dass es nicht darum geht, das in Dollar zu tauschen, sondern vor allem darum geht, diesen Strom am Ende für sich zu nutzen und dieses Netzwerk damit zu unterstützen, dieses Netzwerk, was Nutzen für Menschen hat und die dann bereit sind, diese Coins vielleicht in andere Dinge zu tauschen, wenn es denn auch Dollar sei. Das ist ja jedem Menschen frei überlassen. Egal, aber wir sind jetzt so weit, dass Staaten anfangen, Bitcoin zu verbieten, weil sie das innenpolitisch als ein Problem sehen. So, der Punkt, den ich persönlich am wichtigsten finde, Bitcoin ist ein geschlossenes System. Meiner werden in Bitcoin bezahlt. Transaktionen sind von Bitcoin nach Bitcoin. Bitcoin macht nur Bitcoin. Das heißt, der Umtausch ist separat und wird von anderen Leuten gemacht. Das ist nicht Bitcoin, sondern das sind die Exchanges, die das machen. Das stimmt nicht. Also, ich kann auch privat jemanden Bitcoin schicken. Also, da brauche ich keine Exchange für. Und Bitcoin ist auch in dem Sinne kein wirklich geschlossenes System. Was er ignoriert, ist diese Anker in die Physik. Er hat auch das Orakelproblem hier noch gar nicht beschrieben. Und das Orakelproblem ist ein riesengroßes Problem, weil das für alles gilt auf der Welt. Zum Beispiel auch für Gold. Also, der globale Goldbestand, der wird ja nach Angebot und Nachfrage gehandelt. Und je nachdem, wie viel Gold eben verfügbar ist am Markt, definiert sich auch der Preis, weil Angebot und Nachfrage muss dann irgendwo so eine Preisfindung haben. Das Problem ist, dass das global gehandelte Gold in digitaler Form gehandelt wird, aber wir immer eine Vertrauenspartei brauchen, die sagt, hey, ich habe das Gold hier im Keller liegen, dieses Gold, das habe ich jetzt in ein Zertifikat gepresst, in ein digitales Zertifikat und das kannst du jetzt an der Börse handeln. Ja, was ist denn wirklich hier Goldbestand, dem wir wirklich handeln gerade? Wir wissen das ja gar nicht. Und das wissen wir für kein Gut auf der Welt. Dieses Orakelproblem besteht bei einer MP3, bei einem Lead, was man physikalisch, physikalische Leistung, ja, das Lead produziert, aber ich kann es danach so oft vervielfältigen, wie ich will. Und das gilt für Gold, für Geld, für Rohstoffe, für einfach alles, was wir digital handeln, außer für Bitcoin. Weil Bitcoin braucht physikalische Leistungen, um erstellt zu werden und ist in nativer Form ein physikalisches Gut in digitaler Form. Ja, und das ist eben das Besondere hierbei. Wir haben am Ende einen physikalischen Nachweis, der geleistet wurde und Bitcoin damit erstellt wurde und das ist die erste und einzige Möglichkeit, Physik zu digitalisieren, ohne eine Vertrauenspartei zu haben. Das ist unfassbar wertvoll und das macht Bitcoin aber nicht zu einem geschlossenen System, sondern Bitcoin hat einen Anker in unsere physikalische Welt und zwar als einziges digitales Gut. Das ist also das einzige digitale Gut, was kein geschlossenes System ist. Alle anderen sind nämlich welche, weil sie immer Vertrauensparteien brauchen und das ignoriert er hier auch und da versteht es eben nicht. Das heißt, insbesondere jeden Dollar, den irgendjemand sich auszahlen lässt, den muss vorher jemand reingetan haben, denn die verschenken ja nichts, die Exchanges. Ja, ich habe Ihnen jetzt erklärt, was es für Geldflüsse gibt, die das System am Laufen halten, aber im Wesentlichen, wenn Sie hingehen und Geld in Bitcoin investieren und glauben, Sie kriegen morgen mehr Geld wieder, dann gehen Sie davon aus, dass Sie einen größeren Idioten finden, ohne irgendein zu nahe hinzuwollen, der in der Zeit einzahlt. Ja, Hier wieder sehr polemisch, bezeichnet die Leute, die Bitcoin kaufen, als Idioten, steht aber selber da und versteht das ganze Thema gar nicht. Macht den totalen, dann den Krüger-Effekt. Also er steht da an der Stelle, er denkt, er hätte Ahnung, ist sehr überheblich dabei und gesteht sich nicht ein, dass er sogar viele dieser Bereiche noch gar nicht versteht und komplett fehladressiert. Ja, es ist natürlich, ja, schwierig, also ich vermute, selbst in einem direkten Gespräch mit dieser Person, wäre es niemals möglich, ihn zu überzeugen. Er ist sehr emotionsgeleitet, ihm geht es auch nicht darum, wie die Faktenlage aussieht, ihm geht es darum, hier einfach gegen Bitcoiner und gegen Bitcoin zu bashen. Ja, er stellt das alles sehr einseitig dar, ignoriert eben den eigentlichen Nutzen von Bitcoin und so weiter. So, Bitcoin selbst ist halt nicht nur Zero-Sum, was schon schlecht wäre, sondern es ist Negative-Sum, weil wir die Miner haben, die regelmäßig Bargeld brauchen, um ihre Stromkosten zu zahlen. Ja, das heißt im Wesentlichen, wenn sie jetzt eine frische Einlage bei Bitcoin machen, mit irgendwelchen Spekulationsabsichten, dann bezahlen sie damit die Miner und die bezahlen damit den Strom und der ist dann weg. Ja, nächster Punkt, er unterstellt dem Bitcoinern Spekulationsabsichten. Dabei ist Bitcoin doch das härteste Versprechen, was es auf der Menschheit, was die Menschheit hat. Ja, also jedes andere Versprechen hängt an zentralen Stellen, wie ich das gerade schon sagte. Der Goldpreis hängt an der digital gehandelten Menge, nicht an der physisch verfügbaren Menge. Und das sind ja im Endeffekt alles Spekulationen. Aber die geringste Spekulation ist Bitcoin, weil das, was sie bei Bitcoin bekommen, ist nicht das Versprechen, in Zukunft mehr Dollar daraus zu machen. Das, was sie bei Bitcoin bekommen, ist ein Versprechen, dass dieses Gut, dieses knappe Gut für immer knapp bleibt. Ja, und das, was mich hier absichert, ist eine Thermodynamik, also ein physikalisches Versprechen, das nämlich, wie er eingangs ja sagte, einfach davor schützt. Niemand auf der Welt ist in der Lage, mehr physikalische Leistungen zu akkumulieren, als die gesamte Rest der Welt zusammen. Und wenn diese Theorie nicht funktioniert, wenn das brechen sollte, dann wird auch keine andere Theorie funktionieren, jemals so ein Versprechen zu erzeugen, was keine zentrale Partei aufbrechen könnte. Weil alles besteht aus physikalischer Leistung. Alles. Und ich könnte jeden anderen Bereich angreifen mit physikalischer Leistung. Das heißt, die unterste Ebene, so eine Sicherheit zu erzeugen, ist eben Bitcoin und diese thermodynamische Absicherung. Und das ist genau das Thema hier. Ja, er tut so, als sei das Ganze, ja, als sei das Ganze ein Betrug und man sei dumm, wenn man hier investiert und ja. Ja, es gibt da nicht nur keine bleibenden Werte, sondern da wird aktiv wertvernichtet, wenn sie da einzahlen. Und das System funktioniert so lange, wie es Einzahler gibt. Und das ist zunehmend ein Problem. Komm, wir spät. Das stimmt auch nicht. Ja, also es funktioniert nicht so lange, wie es Einzahler gibt. Weil, wie ich ja schon mal sagte, also angenommen, es käme nie wieder eine weitere Person zu Bitcoin. Nie wieder. Dann würden wir jetzt noch einmal 10% Inflation sehen. Ja, so alle neuen Coins, die noch reinkommen würden. Ja, diese 2 Millionen, gehen wir mal davon aus, die 21 Millionen sind jetzt aber im Umlauf. Und es kommt kein weiterer Mensch zu Bitcoin dazu. Dann hat er ja selber schon gesagt, die Coins werden knapper mit der Zeit. Manche verlieren die Coins. Also der Bestand der Bitcoin wird immer knapper. und trotzdem würde dieses geschlossene System, wie er es bezeichnet, ja weiter funktionieren. Man hätte ja meiner, man hätte Leute, die von dem Netzwerk profitieren, die sich damit bezahlen lassen, die sich freuen, dass keiner ihnen den Gegenwert wegnehmen kann oder inflationieren kann oder sie bedrohen kann oder sonst was. Und die Leute würden einfach Bitcoin weiter nutzen. Also seine Annahme ist, Bitcoin funktioniert wie ein Ponzi-Scheme, ein Schneeballsystem. Es funktioniert nur, solange frisches Geld dazu kommt. Das ist nicht der Fall. Das ist die nächste Fehlernahme, die ihr hier trifft. Bitcoin würde jetzt auch im aktuellen Zustand genauso weiter funktionieren. Die Leute würden irgendwann ein Preis-Wertgefühl für Bitcoin haben und würden damit klarkommen, dass das einfach ihr Geld ist. Es ist nicht darauf angewiesen, dass es weitere Teilnehmer gibt. Weitere Teilnehmer führen natürlich dazu, dass der Kurswert steigt. Und für Spekulanten mag das dann auch von Vorteil sein. Aber für den eigentlichen Nutzer von Bitcoin ist es völlig irrelevant. Dann funktioniert es auch mit 10 Teilnehmern, die sich 1, 2 Millionen Coins teilen. Das ist hier der große Unterschied zu einem Schneeballsystem. Dazu. Aber es gibt halt im Englischen diesen tollen Term, den ich immer gerne benutze, das Bigger Fool Problem. Man muss halt jemanden finden, solange man glaubt als Spekulant, man findet jemanden, der noch döver ist, der noch später einsteigt als man selbst, kann man dann natürlich spekulativ Geld mitverdienen. Klar, aber es ist halt... Genau. Er macht den gleichen Fehler wie alle anderen auch, die Bitcoin aus so einer sehr naiven Brille versuchen zu kritisieren. Er denkt, die Bitcoiner haben Bitcoin, weil sie mehr Dollar oder Euro draus machen wollen. Eben dieses Bigger Fool Problem. Aber die überzeugten Bitcoiner zurück nach Euro oder Dollar. Die haben das System gewechselt. Das versteht er hier gar nicht. Darauf geht er gar nicht ein. Ist halt nicht wie Börsenmarkt. Am Börsenmarkt ist es so, ich zahle eine Firma ein, die erwirtschaftet Dinge und zahlt Dividende aus und steigt den Wert. Und hier wird nichts erwirtschaftet und es gibt keine Dividende. Insbesondere, wenn die Ransomware-Leute ihre gesamte Kohle ausgezahlt... Und das ist ein wichtiger Punkt. Hier gibt es keine Dividende. Da, wo es eine Dividende gibt, ist ja eigentlich das Schneeballsystem zu vermuten, oder? Also im Endeffekt ist es ja so, dass Bitcoin natürlich keine Dividende hat, weil Bitcoin Geld ist. Geld sollte keine Dividende haben. Der Anreiz von Geld sollte sparend sein. Der Geldwert sollte mit der Zeit steigen. Das ist die eigentliche Funktion von Geld. Die hat unser Geld nur verloren, weil wir irgendwann die ökonomischen Regeln aufgesprengt haben und gesagt haben, wir knüpfen uns nicht mehr an die Physik, an die Naturgesetze. Wir machen jetzt unser Matrix-Geld und das erzeugen wir aus dem Neuen, so wie wir wollen, wie eine zentrale Partei das gerade für richtig hält und wo sie denkt, diese zentrale Partei, wo die Wirtschaft hinlaufen sollte. Ja, das ist aber ein riesengroßer Unterschied zu dem, was er hier sagt und wir sind halt heute an diesem Punkt, weil unser Geld entwertet, weil wir nicht mehr darin sparen können, dass wir zu diesem Investieren gezwungen werden, eben irgendwo rein, das Geld reinzustecken, was eventuell ein bisschen Geld erwirtschaftet. Aber das ist immer Risiko. Investieren heißt immer Risiko. Wir können das zwar versuchen zu streuen in einem MSCI World und so weiter, dann die Dividende, die Rendite ein bisschen geringer zu haben, aber auch das Risiko geringer zu haben. Das Risiko ist nicht null oder so gering wie bei Geld. Geld hat das geringste Risiko, sollte das geringste Risiko haben. Das funktioniert aber nur, wenn Geld nicht an einer zentralen Partei hängt. Also er verwechselt hier auch schon wieder Investieren mit Sparen. Ein riesengroßes Problem, was viele machen, wenn sie über Investitionen und so weiter reden. Insbesondere, wenn die Ransomware-Leute ihre gesamte Kohle ausgezahlt hätten aus Bitcoin, dann wäre das schon längst kollabiert. Wenn die nicht glauben würden, dass sie morgen noch einen Idioten finden, wäre das System schon geplatzt, denn es gibt ja sonst niemanden, der dann die Meinung an ihre Stromkosten zahlt. Ja, das stimmt nicht. Das würde dann einmal die Menge, die im Umlauf ist, wieder erhöhen. Dann würden Leute diese Menge kaufen oder eben auch nicht und der Preis würde sich daran anpassen und weiter geht's. Ganz kurz, ihr denkt, dieses Greater-Fool-Problem würde Bitcoin betreffen. Das betrifft tatsächlich jeden anderen Markt, weil unsere Immobilienmärkte steigen deswegen, weil Leute darauf spekulieren, weil eben ihr Geldwert fällt. Das heißt, die Leute fangen an zu investieren in diese ganzen Dinge und weil alle investieren, geht der Geldwert hoch. Das ist das Greater-Fool-Problem. Das Greater-Fool-Problem besteht gerade quasi bei allen anderen Dingen, außer bei Bitcoin, weil alles mit der Zeit sich ausdehnt und man einen Idioten braucht, der trotzdem diese Dinge kauft, nur weil gerade alle reinrennen. Also in Wirklichkeit ist die ganze Welt gerade in einem riesengroßen Casino und das Greater-Fool-Problem besteht für alles, was Fiat berührt, außer für Bitcoin. Natürlich für Bitcoin auch in einem gewissen Rahmen, weil ja gerade viel Spekulation auch damit passiert, keine Frage. Aber wenn man das Ganze von Bitcoin ausgehend betrachtet, dann hat man dieses Problem dort nicht, weil diese Menge von Bitcoin einfach begrenzt ist, die wird nie jemand ausdehnen können. Das ist anders als bei Immobilien oder Gold oder allen anderen Dingen. Davon werden wir immer mehr kriegen, mal ganz davon abgesehen, dass die digital gehandelten Mengen wahrscheinlich sogar noch viel schneller sich ausweiten, weil dort betrogen werden kann, was mit Bitcoin nicht funktioniert. Ja, das ignoriert er alles komplett. So und dann gibt es noch so ein paar Detailprobleme, zum Beispiel ist ein Blockchain, das heißt, wir haben nicht einzelne Transaktionen, sondern Blockustransaktionen. Die sind relativ groß, da passen so ungefähr 2800 Transaktionen rein und alle 10 Minuten gibt es einen Block. Ja, so das heißt, wenn ich jetzt jemandem Geld in die Hand drücken will, dann muss ich warten, bis der Block dazu gemeint ist. Der kommt alle 10 Minuten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, an der Supermarktkasse müssen Sie erst mal 10 Minuten warten, bis der Block kommt. Das ist doch. Ja, also auch hier, er hat sich noch nicht mit dem Thema Lightning auseinandergesetzt. Fefe, schau mal ein Video dazu, da kannst du noch ein bisschen was lernen. Geht doch nicht. Also es ist nicht geeignet für Einzelhandel. Schlimmer noch, ich habe ja gesagt, wir haben eine Ausschreibung und der schnellste gewinnt. Was ist denn, wenn zwei Leute eine Lösung haben? Ich habe ja keine zentrale Instanz, die sagen kann, der war schneller. Ja, und da hat Bitcoin auch keine Antwort drauf und in der Praxis läuft das so, dass die Kette, die dann von mehr Mainern verlängert wird, die gewinnt halt. Ja, das stimmt halt, wie gesagt nicht. Die Antwort ist Lightning nochmal. Also schau dieses Video bitte, dann verstehst du, dass Lightning die Lösung für dieses Problem ist. Das heißt aber, ich muss nicht nur warten, bis mein Block kommt, sondern ich muss noch drei Plöcke weiter warten. Wir sind jetzt also schon von 10 Minuten weg auf 30 Minuten, je nach Paranoial Level, je nachdem, wie wichtig mir das ist, zu wissen, ob die Transaktion durch ist. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt einen Block, der hat eine endliche Größe. Was ist denn, wenn mehr Leute Transaktionen reinkippen wollen, als in den Blockplatz ist? Und da hat Bitcoin halt die Lösung gemacht, die, ich vergleiche das immer gerne mit der polnischen Grenze im Jahr 1990, da hat man an seinen Ausweis immer so ein paar D-Mark-Scheine rangeklemmt und dann ist man durchgelassen worden. Also man hängt Schmiergeld an. Die Transaktion ist ungefähr ein Dollar, aber wir haben vorhin schon... Schmiergeld? Warum Schmiergeld? Er bezeichnet einen ganz normalen Angebot-Nachfrage-Markt als Schmiergeld. Es ist kein Schmiergeld, wenn ich einem Miner sage, hey, also das ist wie auf einer Auktion. Der Speicherplatz in der Blockchain wird mit jedem Block versteigert und man kann eben entscheiden, bin ich bereit, dafür zu zahlen oder nicht. Das passiert öffentlich, das passiert eben nicht, wie er beschrieben hat an der polnischen Grenze mit einem versteckten Geldschein, sondern es passiert öffentlich, jeder sieht das, jeder sieht im Man-Pool, was ist dort an Angebot drin, jeder sieht, wie viele Transaktionen dort zur Verfügung stehen, jeder weiß, was kostet es mich, in den nächsten Block zu kommen. Angebot-Nachfrage sind ganz normale Mechanismen, wie unsere Natur funktioniert. Immer. Ein Hase wird morgens wach, denkt sie, ich habe Hunger, sucht ein Angebot. Das Angebot bedient die Nachfrage, die dieser Hase hat und ist ein Busch mit Bären dran. Ja. Und wenn jetzt ein anderer Hase kommt, der schneller war, dann kriegt er eben mehr Bären. Und wenn jetzt irgendwer mehr Geld bietet für diesen Speicherplatz, dann kommt er eben rein. Das ist Angebots-Nachfrage, das sind Märkte. Ja, so funktioniert das eben. Vielleicht nochmal ganz losgelöst, in der Natur sind es nicht direkt Märkte, wie wir Menschenmärkte kennen, weil Märkte passieren im sozialen Konstrukt, aber es gibt Angebot-Nachfrage. Punkt. Ja. Und das gibt es überall. Wie gesagt, bis in die Natur. Das als Schmiergeld zu bezeichnen, ist komplett daneben, weil es einfach nicht stimmt. Ja, faktisch falsch. Als Beispiel gesehen, 15 Dollar ist ein üblicher Wert, den man tatsächlich zahlen muss. Und der Meiner nimmt dann die Leute mit dem meisten Schmiergeld dran. So, wie gesagt, Transaktion ist eigentlich 1 Euro, man zahlt aber realistisch 10 Euro. Das habe ich jetzt mir von Kumpels erklären lassen. Die haben offenbar weniger harte zeitliche Anforderungen gehabt, als der Mann mit den 15 Dollar. Aber dafür muss man dann vielleicht ein paar Tage warten, bis die Transaktion durch ist. Ja, was unter Umständen okay ist. Wenn es darum geht, einen Kanal zu öffnen, den ich danach, einen Lightning-Kanal zu öffnen, den ich danach 10 Jahre lang benutzen kann, dann bin ich auch bereit, fünf Tage zu warten, bis die Transaktion durch ist. Das muss dann vielleicht gar nicht so schnell gehen. Vor allem, wenn ich schon fünf andere Kanäle offen habe oder so. Ja, also, er versteht Märkte nicht. Ja, oder Ökonomie. Ich habe es mir am Anfang ja so ein bisschen schon gedacht, als das Video losging, dass das genau das Problem sein könnte. Und ja, das ist tatsächlich hier das Riesenproblem. Wirtschaft und Ökonomie ist nicht seine Stärke. Und dadurch macht er viele Fehlannahmen leider. Ja, so. Ja, also wenn Sie aufgepasst haben, würde Ihnen aufgefallen sein, ich als Transaktionseintüter muss ein echtes Interesse daran haben, dass hier durchkommt die Transaktion. Ich muss vielleicht Tage warten, ich muss Schmiergeld anhängen. Das heißt, das funktioniert, weil ich meine Transaktion durchgehen sehen möchte und weil es Geld ist. Von dem Geld kann man das abknüpfen und dem Miner als Gebühren geben. Ja, das ist nur bei Geld so. Das ist nicht bei CO2-Emissionen so, das ist nicht bei Fahrtenbüchern so, das ist nicht bei Umweltschutzauflagen so. Das ist schon gar nicht bei Identitätsnachweis über die Personalausweis-Blockchain so. Ja, das ist direkt ein Non-Starter, solange man Miner bezahlen muss, davon auszugehen, dass man das einfach an Blockchain tut. Das geht nur mit Geld. Und es geht nur mit Geld, was einen Wert hat oder wo man jemanden findet. Ja, Geld repräsentiert für uns Menschen unsere physikalische, geleistete Leistung. Also, wenn man arbeiten geht, dann ist es Lebenszeit und Energie, die man aufbringt. Und die versucht man zu speichern, um in Zukunft in die Lebenszeit und Energie von anderen Menschen zu stecken. Und Geld ist der Repräsentant dafür. Also, jede Interaktion der Gesellschaft, die nicht in einem sozialen Verhältnis wie Freunde oder Familie steht, funktioniert über Geld. Geld ist das Fundament der Gesellschaft. Also, es ist selbstverständlich, dass jeder Prozess zweier gesellschaftlicher Teilnehmer über Geld läuft. Was ist daran nicht zu verstehen? Ja, es ist ganz schwierig, hier zuzuhören für mich. Das tut mir wirklich an den Ohren weh. Glück genug zu investieren. Ja, also, wenn man das ausrechnet, wie viele Transaktionen das sind, dann kommt man auf 4,5 ungefähr. Das ist aber, wie gesagt, Transaktionen sind unterschiedlich lang. Das ist jetzt ein gemittelter Wert. Aber so größenordnungsmäßig hat eine typische Stadtsparkasse mehr durchsetzt als Bitcoin global. Ja, das ist eigentlich auch ein Problem. Eine Stadtsparkasse, hier wieder der Fehler, ist auch nicht der Layer, der quasi dafür sorgt, die Geldmenge knapp zu halten oder Zensurresistenz zu schaffen. Die Stadtsparkasse ist nur der Second Layer, so wie Lightning. Und hier schafft ein Lightning-Gerät, was 100 Euro kostet, 1000 Transaktionen die Sekunde. Wie viel schafft die Stadtsparkasse und wie viel kostet die im Verhältnis dazu? Refe, schau mein Lightning-Video. Unbedingt. Wenn man sagt, wir rollen das jetzt mal in El Salvador als Zahlungsmittel aus, das klappt halt nicht. Doch, das klappt. Wieso denkst du, dass es in El Salvador nicht klappt? Mein Team war vor Ort, das klappt. Die Leute benutzen halt Lightning. Du hast nur nicht mit einem Wort hier Lightning verwendet in dem Beitrag. Was ich aber mitteilen wollte, bis hierhin, dass Bitcoin so aussieht, wie es aussieht, weil die Verfahren, die wir verwendet haben, um es zu konstruieren, das nicht anders ergeben. Das ist jetzt nicht irgendwie, ja, da müssen wir halt irgendwie nochmal nachdenken, dann machen wir das besser oder das ist halt ein Problem, das fixen wir mal kurz, sondern das ergeben die Verfahren so, die wir haben. Also es kann sein, dass jemand was Besseres findet, aber das ist dann halt ein Genie. So, wie aus den Transaktions- und Gebühren meines Erachtens hervorgeht, ist das nicht praxistauglich und ich finde, wenn es praxistauglich wäre, wäre es trotzdem nicht wirtschaftlich, weil 80 oder 90 Euro pro Transaktion ist ja wohl ganz klar, geht gar nicht. Ja, 80 oder 90 Euro pro Transaktion ergeben sich ja aus dem knappen Stand der Blockchain und nämlich anders als so angenommen hat es am Anfang, ist diese Blockchain durchaus speicherbar auf sehr kleinen Speichermedien heutzutage, wird immer leichter, weil, wie gesagt, die Blockchain-Größe sich festgeschrieben erweitert, alle 10 Minuten um maximal 4 MB und unsere Speichermedien werden immer größer und verhältnismäßig günstiger, das heißt, wir können sie immer leichter speichern, aber damit das funktioniert, dass jeder so ein Gerät betreiben kann und wir eben keine Vertrauensparteien brauchen, muss sie langsam laufen. Das ist das sogenannte Trilemma und wir müssen uns immer entscheiden, wollen wir eben Zentralisierung, dass ein großer Serverbetreiber wie Amazon oder so dann alle diese Transaktionen vorliegen hat und uns dann aber auch zensieren könnte und da wollen wir schaffen, dass ein Netzwerk dezentral bleibt, das geht nur, wenn der Hauptledger, wenn der dezentral bleibt und das geht nur, wenn der klein bleibt, also wenn die Transaktionen langsam laufen und wo wir die Transaktionen ausführen, ist am Ende egal, das kann in einem Ledger, also es kann losgelöstes Ledgers passieren, das kann da eben damit passieren, dass wir Lightning betreiben und innerhalb von Lightning eben nur als jedes Individuum die Transaktionen wirklich aufschreiben und signieren und später den Minern vorlegen. Ja, genau so läuft das. Ah, jetzt kommt er auf Lightning, ich bin gespannt. Gut, aber es gibt Ansätze, wie man es vielleicht reiten kann. Lightning ist so ein Ding, keine Sorge, die Kapitel sind nicht gleich lang. Lightning wird so ein bisschen rumgereicht als die Antwort für Bitcoins Probleme und es soll zwei Probleme lösen. Erstens, dass man lange warten muss, bis die Transaktion durch ist und dann, dass die Gebühren so hoch sind. Und die Idee von Lightning ist so ein bisschen wie Darkpools bei Goldman Sachs und so, dass sie halt versuchen, intern Sachen zu regeln. Also Lightning geht davon aus, ich habe einen Escrow-Kanal zwischen zwei Personen, das heißt, ich habe keine globalen Systeme mehr, sondern ich habe ein Punkt-zu-Punkt-System. Also ich habe zwei Seiten, die miteinander verhandeln wollen und zwischen denen mache ich einen Vertrag. Also der wird jetzt zwar über die Blockchain abgebildet, aber im Wesentlichen ist es ein Vertrag. Und der ist halt Punkt-zu-Punkt, das heißt, Double Spending ist gelöst, weil es nur ein Gegenüber gibt und der wird sich wohl erinnern können, welche Konten er schon gesehen hat von mir. Und damit brauche ich die Buchhaltung nicht mehr. Allerdings, woher weiß ich dann, ob ich dem trauen kann oder nicht? Und da hat Lightning halt auch keine Antwort und sagt, deswegen, wir enden das, also wir verankern das in der Blockchain. Wir machen das so, dass wenn ich einen Kanal über 1.000 Euro aufmache, dann zahlen beide Seiten 1.000 Euro ein und dann können die halt bis zu den 1.000 Euro kleine Transaktionen zwischen sich machen und am Ende löst man den Kanal auf und zahlt den Rest halt aus. Ja, und das ist eigentlich technisch gesehen ganz smart gelöst, aber es ist meines Erachtens wieder nicht praxistauglich. Die erste Sache ist mir mal an, ich will jetzt einen Kanal mit meinem Supermarkt aufbauen und sage, 1.000 Euro, da muss der Supermarkt 1.000 Euro hinterlegen, warum würde er das denn tun? Das ist doch völlig absurd, der will ja nur bezahlt werden, der will mir kein Geld geben. Also das ist schon mal schlecht. Und die Lightning-Leute sagen dazu, hm, naja, okay, das habe ich schon gesagt. Wir können ja Netz bilden, sagen die Lightning-Leute, wir machen halt lauter Kanäle zwischen jeweils zwei Leuten und da können wir dann eine Transaktion zwischen beliebigen Leuten irgendwie durchruten. Warum sollen die Leute das tun? Ja, die können ja Gebühren nehmen. Ja, und da sind wir dann hier, der Markt regelt das, ist so ein bisschen, das sagen die Lightning-Leute, ja, ja, der Markt macht das dann. So, ich glaube aber nicht, dass aus Lightning automatisch folgt, dass die Gebühren sinken, denn es hat ja schon an sich einen Wert, wenn die Transaktion schnell durchkommt. Also das glaube ich schon mal nicht. Ja, das glaubst du nicht, das ist aber tatsächlich der Fall, weil es halt viel günstiger ist, eine Lightning-Transaktion durchzuführen. Die kostet ja strommäßig einen Bruchteil eines Cents und der Markt regelt es tatsächlich. Wir sehen das ja heute, Lightning funktioniert. Hier sehen wir Lightning, das sich nur durch den Markt entwickelt, das sich durch, ja, freie Teilnehmer, die an Lightning, an dieser Open-Source-Lösung entwickeln wollen, weiterentwickelt. Wir sehen, dass der Kurs-Einbruch von Bitcoin kaum Auswirkungen auf die Lightning-Entwicklung genommen hat. Wir sehen, dass hier die, ja, die Geldmenge, die drin liegt in Lightning, ist immer größer und, ja, die Channel pro Node, die gehen auch langsam hoch. Also, wir haben natürlich 2019 sehr wenige Nodes gehabt mit vielen Channels. Jetzt haben wir sehr viele Nodes mit weniger Channels, aber trotzdem steigend. Und was wir eben sehen ist, dass wir hier ein stark wachsendes Netzwerk haben, was nicht darauf angewiesen ist, dass es irgendwen gibt, der das steuert und auch wenn Fefer sich das nicht vorstellen kann, genauso funktionieren Märkte, ja. Und dann stellt sich natürlich die Datenschutzfrage. Die Lightning-Leute sagen, ja, wir haben ja ganz viele Pseudonyme und wir haben ja noch so ein Layer dazwischen, aber wie toll das ist, das müsste man halt eigentlich jeder für sich klären, ob das reicht oder nicht. Und was mich persönlich so ein bisschen stört, dass die dann meinten, naja, pass auf, du machst dann den Kanal halt nicht zum Supermarkt, sondern zu einer Node. Und eine Node ist, wenn wir genau hingucken, eine Bank. Ja, das ist genau, was wir hier wegzuoptimieren versucht haben. Nee, stimmt nicht. Hier muss es unterscheiden von Bank zu Zentralbank. Eine Node ist eine Bank. Ja, das ist meine eigene Node, meine eigene Bank. Darum geht es. Es geht darum, dass ich jetzt selber meine eigene Bank sein kann. Ja, zu deiner Annahme, nur wenige Leute könnten das betreiben. Wie gesagt, bei mir in der Community sind Leute im sozialen Bereich, ja, Handwerker, alle, die sowas betreiben. Und das ist gar kein Problem. Und du hast einfach irgendwann eine Riesenmasche von Netzwerkteilnehmern und da werden Transaktionen durchgerutet. Genauso funktioniert das. Und wie die beiden sich vertrauen können, funktioniert wieder mit der Kryptografie, wo du halt sagst, ja, die hat nichts mit Bitcoin zu tun. Die Kryptografie läuft hier so ab, dass beide Teilnehmer, wenn ein Kanal zwischen zwei Teilnehmern geöffnet wurde und Transaktionen austauschen, dass beide Teilnehmer jede Transaktion signieren. Das heißt, wenn der eine offline wäre und der andere versucht einen Force Close, dann könntest du mit einem Watchtower, den du zusätzlich betreibst, einfach den Minern vorlegen, hey, stopp, der andere versucht, den Kanal zu schließen. Da sind aber schon viel mehr Transaktionen passiert. Der versucht zu betrügen. Dann darfst du dir als der, der nicht betrogen wird, sondern der hier versucht wird, zu betrügen, dir alle Bitcoiner auszahlen, in diesem Kanal liegen. So läuft das, ja. Und am Ende ist das Risiko für den Angreifer immer, dass da ein Watchtower steht, der diesen Kanal mit überwacht. Das weißt du vorher nicht. Und diesen Watchtower kannst du als Dienstleister bezahlen, den kannst du aber auch selber betreiben. Das ist einfach ein zusätzlicher Raspberry Pi, kannst du teilweise sogar auf dem gleichen Gerät laufen lassen. Einfach dazu, das hat kaum Aufwand zu dieser Vertrauensfrage, die du gerade in den Raum gestellt hattest. So persönlich nicht überzeugt, muss ich sagen. Und das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, mal so eine generelle Beobachtung mit Ihnen zu teilen. Mir geht das im Krypto-Umfeld häufiger so, dass man tolle Visionen hört, aber wenn man konkrete Fragen hat, kommt halt nichts. Ja, nee, das wird dann schon. Ja, wieso? Das wird dann schon. Das funktioniert doch. Lightning ist heute da und funktioniert. Lightning-Transaktionen funktionieren täglich. Täglich werden tausende Transaktionen in Lightning gemacht, hunderttausende wahrscheinlich mittlerweile. Also was ist deine Frage? Also du musst eine Frage konkretisieren. Und wenn du halt sagst, du vertraust nicht, dass Märkte funktionieren, dann vertraust du den Naturgesetzen nicht. Punkt. Ja, also ganz einfach. Das ist halt, das ist wie jemandem zu erklären, dass eins plus eins gleich zwei ist. Und dann sagt jemand, ja, aber warum? Ja, das ist halt Mathematik. Ja, wenn du der Mathematik nicht vertraust, dann kann man dir nicht helfen. Also da musst du schon sehen, wie sich das Netzwerk entwickelt und dass das tatsächlich heute schon funktioniert und dass du in El Salvador bei McDonald's stehen kannst und mit deiner Lightning-Node dort bezahlen kannst. Und das kann deine eigene Note sein, die hier in Deutschland zu irgendeinem ganz anderen Teilnehmer als diesem McDonald's-Laden verbunden ist. Und diese Route innerhalb von Lightning führt das Geld dorthin. Das kannst du ignorieren oder du kannst es halt dir anschauen und feststellen, dass es heute schon funktioniert. Also Lightning hätte immer den Vorteil, dass wir ein dezentrales System. Bitcoin ist ja nicht dezentral. Bitcoin ist nur verteilt. Da gibt es eine zentrale Blockchain und die ist für alle gleich. Das ist zentralisiert. Das ist auch... Die zentrale Blockchain ist dezentral, weil jeder Teilnehmer die Blockchain hat. Und das ist ein Datenstand, auf den sich jeder geeinigt hat. Eine Zentralisierung würde bedeuten, dass nur ein Teilnehmer diese Blockchain hat und alle anderen von ihm diese Informationen brauchen würden. Das ist kompletter Quatsch hier. Die Aussage macht gar keinen Sinn. Bitcoin ist zentralisiert. Bitcoin ist das dezentralste Netzwerk, was die Menschheit jemals auf die Beine gestellt hat. Es ist komplett daneben, diese Aussage. Ja, gut. Jetzt habe ich vorhin schon erklärt, wer 50% der Mining Power konsoliert, der kontrolliert die gesamte Blockchain. Und daher haben wir die Annahme, es gibt einen Wettbewerb, der ist weltweit, damit nicht jemand mal eben die Amazon Cloud mietet. Das wäre nämlich doof, wenn jemand die Amazon Cloud mietet, nachts wenn es gerade günstig ist und dann hat der mehr Rechenpower als alle anderen Miner zusammen und kann alle überstimmen. Das wäre ja... Das stimmt nicht. Nicht wünschenswert. Das stimmt nicht, denn wir haben spezialisierte Hardware. Ich hoffe, er geht da jetzt. Und um Ihnen zu zeigen, warum das in Bitcoin nicht passieren wird, habe ich hier mal ein Foto von einer Mining-Farm in China, die sie zugemacht haben. Das ist die Größenordnung, von der wir reden. Und das sind keine Server, sondern das sind Asics. Das sind spezielle Schaltkreise Chips, die nur zum Bitcoin-Minen gebaut wurden. Also in der Größenordnung werden da Anlagen in die Wüste gestellt. Das ist unfassbar, wie viel Strom und Hardware da verballert wird. Da wird gar nichts verballert. Da wird das genutzt, was sonst für nichts anderes nutzbar gewesen wäre. Nochmal, dort entsteht eine Oase, lieber Fefe. Eine Oase in einer toten Umgebung, wo Strom nicht nutzbar war. Das darfst du nicht vergessen an dieser Stelle. Worauf ich aber hier hinaus wollte, ist, dass die Idee einer privaten Blockchain von Anfang an offensichtlich Unsinn war, weil es da keinen Wettbewerb gibt, der irgendwie weltweit wäre. Da habe ich irgendwie 10 Server. Ja, was ist denn, wenn jemand die Amazon Cloud mietet, dann bestimmt ja meine Buchhaltung, das kann es ja wohl nicht sein. Also das war noch nie eine schlaue Idee. Ich wette da seit Jahren entgegen und habe mich sehr gefreut, jetzt zu hören bei meinem Vorredner, dass das gestorben ist. Das war schon immer eine blöde Idee. Also wenn jemand eine private Blockchain. Ja, private Blockchain sind Quatsch. Das sehe ich genauso. Chain anbringen will, Finger weg. Gut, aber meine Argumente dagegen sind ja gerade, dass Proof-of-Stake doof ist. Proof-of-Stake, also die Idee, dass ich die Amazon Cloud mieten kann. Da gibt es ja Gegenansätze. Einer von denen wäre Proof-of-Stake. Proof-of-Work ist das Schlechte. Machen wir doch Proof-of-Stake. Das geht jetzt auch seit 10 Jahren gefühlt rum. Das ist auch eine Zukunftsvision, die bei genauer Betrachtung eine Fata Morgana ist. Proof-of-Work ist aktive Habitatzerstörung. Das hat sich umgesprochen inzwischen. Und bei Proof-of-Stake ist die Idee, dass man das eben nicht nach Zufall oder nach... Proof-of-Work ist keine Habitatzerstörung. Das ist das Gegenteil. Wie gesagt, Und wer da an dieser Stelle jetzt hier auch abbrechen, weil wenn er auch nicht glaubt, dass Proof-of-Stake eine Lösung ist, dann haben wir wahrscheinlich dort Konsens. Mir ging es vor allem um die Aussagen über Bitcoin, die einfach hier nicht gestimmt haben. Und an dieser Stelle, lieber Fefe, ich weiß oder ich merke, dass du sehr, sehr emotional geladen bist und Hass auf die Bitcoin erscheinbar hast und auf dieses Netzwerk. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auf Basis von Fehlannahmen passiert. Und ich bin bereit, dir alle deine Fragen zu beantworten in einem komplett ruhigen Umfeld. Gerne auch ohne die Kamera, das müssen wir nicht öffentlich machen. Weil mir geht es darum, dass du das verstehst. Ich will dich nicht bekämpfen oder irgendwas anderes. Ich will, dass die Aussagen, die du gerade getroffen hast, die nachweislich falsch sind. Und das kann ich dir alles belegen. Ich kann dich mit Quellen totschmeißen, wenn du willst. Also es ist wirklich viel Quatsch dabei gewesen. Ich möchte, dass du einfach verstehst, warum Bitcoin immer größer wird, warum es nicht aufhaltbar ist und warum die Menschen für Bitcoin für sich entdecken und das als gute Lösung wahrnehmen. Weil du hast hier einen Blick, der sehr populistisch geprägt ist, gerade durch die Leitmedien, die eben selber keine Ahnung haben von Bitcoin, die immer wieder diese Themen von FUD auf den, also diese Angstthemen auf den Tisch bringen. Bitcoin zerstört die Umwelt und so weiter. Es ist einfach nicht, es entspricht nicht der Wahrheit. Und es ist halt wichtig, dass du das verstehst und danach kannst du dir immer noch ein neues Bild bilden. Aber du müsstest dafür offen sein. Also hier mein Angebot, kontaktiere mich. Ich bin gerne bereit, mit dir zu sprechen. Aber das war nichts. Also leider wirklich. Ja, wenn ihr auch so ein toller Psychopath werden wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Du hattest einen Link zu unserem Merchandise-Shop, zu diesem coolen Psychopathen-Shirt. So finanzieren wir uns unter anderem. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu lang und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Links zu allen Themen, die ich angesprochen habe, unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach rein, teilt diese Inhalte gerne. Das war es mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst ein Like da, wenn euch der Inhalt gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Bitcoin verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende. Macht es gut, liebe Leute. Und tschüss zusammen.